Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play um sie mein name ist total unwichtig von den next gen games ja und wir werden jetzt mal wieder auf alheim die nächste linie fahren nämlich die linie 100 von der universität zum hauptbahnhof und das ganze habe ich heute ausnahmsweise schon mal vorbereitet weil das video sonst extrem lang wird auf dieser linie und ja würde ich sagen fahren wir erstmal zum startpunkt dann stellen wir die u vor und dann fahren wir los so los geht's ihr wisst ja was ich immer tue bevor ich losfahre oder also für den ein oder anderen der es noch nicht kennt musst du vorbereiten die lenkrad so moment habe ich jetzt überhaupt nicht habe ich nicht ja wir haben genau ein einstiegspunkt und ein ausstiegspunkt also wir brauchen unterwegs auch gar nicht halten für den einen oder anderen der vielleicht die route noch nicht kennen mag kleine mikro was wollt ihr von mir verschwindet so wenn ich jetzt schaffe ja auch nicht den weg mitzunehmen dann bin ich wirklich gut so so würde ich sagen stellen wir erst mal die gute ein beziehungsweise die linie und dann die route nein das war die falsche hallo matrix wechsel brav so wann geht es denn los wann geht es los 10.50 so dann stellen wir nochmal die uhr vor ja ihr seht schon ich mache es live wie immer nichts vorbereitet man könnte jetzt theoretisch sogar bei regen fahren was haltet ihr denn davon ich bin ja lang nicht mehr bei schmuddelwetter gefahren machen wir das doch mal oh bauklötzchenregen cool hallo guten morgen bitte was oh nein nein ich fahre mit fahrgarten scheiße scheibenkleister ich war sie noch auf den fahrschein hey das war sogar der richtige willst du jetzt auch noch rückgeld haben oder was sie haben mir zu wenig rückgeld gegeben sei froh wenn ich's überhaupt hinkriege einmal 2.70 Entschuldigung jetzt haben sie mir mal ein bisschen viel raus gegeben Entschuldigung jetzt haben sie mir Dein Geld und geh mir nicht auf meinen Nerv. So. Ja. Da wären sie alle drin. Dann kann es auch direkt losgehen. Nein, da fehlt noch was. Das hier. So, jetzt aber. Da fehlt, glaube ich, noch was. So, schauen wir mal, wo wir lang müssen. Erstmal vor die rote Ampel. Und dann geradeaus. Nachdem sogar die Ampel schon cool geworden ist. Wahnsinn. Ja. Also, wie ich schon sagte, eine extrem lange Route. Die Route geht nämlich unglaublich lange neun Minuten. Ich dachte mir aber, da ich nicht unbedingt sonderlich viel Zeit momentan habe, fahre ich dann einfach mal die Route hier. Wir haben ja noch andere, glaube ich, auf der Karte hier. Mal schauen, wie es zeitlich so hinhaut. Vielleicht fahre ich auch noch zurück. Oh, was ist heute hier? Nö, nö, Meckermutz. Wer braucht denn solche Prüfenhilfe? Ja. Ihr müsst mal schön ruhig sein. Da hinten. Bisher war noch kein Unfall. Ja. Oh, grüne Ampel. Wahnsinn. Vielleicht mal Kreuzchen im Kalender machen. Das ist aber auch ein Sauwetter. Naja, man kann ja durchaus auch das Wetter mal ans reale Wetter angleichen. Schaden kann es nix. Äh, 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 ja. Hey, ich kann hellsinn. Wahnsinn. So, äh, ja. Grüner wird es nicht. Ampel ist grün. Ja, ich weiß, es heißt Traffic Light. Ich sag trotzdem Ampel. Hm. Ja, man könnte ja theoretisch jetzt mal ein Deziplen in Betracht ziehen, wo ich nur Englisch rede. Wie fändet ihr das denn? Die Pors my English is very good. You know. Nee, ich glaub, das mute ich euch nicht zu. Ich glaub, da, äh, kriegt ihr eh nur Heulkrämpfe von. Insofern fahren wir natürlich schön weiter. In Deutsch. Ich will hier dauernd anhalten, Leute. Ich bin jedes Mal der Meinung, da wäre eine Haltestelle. Da ist ja auch eine Haltestelle. Aber, naja. Wenn man Express-Busse selten fährt, ist es halt mal irgendwie ein bisschen ungewohnt. Passiert. Oh, 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 oh. Wer hat denn da die Ampel hingestellt? Who did post this Ampel there? Ups. Da war mein Tracker grad etwas überfordert. Nein, ich stehe nicht Kopf. Keine Sorge. Ich sitze so auf dem Stuhl, wie jeder sitzen sollte. Das war lediglich ein kleiner Hardware-Bug. Will ich gar nicht sagen. Ein kleines Hardware-Problem gerade. Ja. Bin ich eigentlich noch richtig, Leute. Ich könnte langsam mal wieder die 100 geschildert sein. Äh, ja. Schön. Äh, jajajajajajaj. Und er brettert wieder über die Ampel. Jawohl. Lohnt sich das rückwärtsfahren noch? Ist es auch ungefährlich? Kommt da etwas von hinten? Baaah. Da kommt was von hinten. Um Gottes Willen. Nein, dann bleibe ich jetzt so stehen. Man sieht es ja noch. Man sieht ja noch die Ampel. Die Ampel that was going to red. Oder so. And now the red Ampel is going to green. Hey, ich kann hell sehen. Wahnsinn. Ja, da ist Bußspur. Fahre ich rüber? Eigentlich schon, oder? Es ist hier ein Ampelmeer. Schon mal gehört? Ein Ampelmeer? Oh, die gibt es aber auch deutlicher FPS-Einbrüche, habe ich so das Gefühl. Ne, da fahre ich noch. Da kenne ich nichts, da fahre ich noch. So, jetzt fahren wir schön langsam, dass auch ja nichts passiert. Ich sage mal, von der Zeit her und von der Umgebung, die mir doch etwas bekannt vorkommt, ruckl die Ruck, dürfte es eigentlich auch gar nicht mehr sonderlich jetzt weit sein, bis wir dann letztlich da sind. Eigentlich hätte ich, glaube ich, jetzt, oder? Naja, bleib mal auf der Schuhe, ist jetzt egal. Näh. Und jetzt, die Ampel ist auch ruck. Hallo, Ampel? Hast du bald grün oder nicht? Also, ich sage mal so, mein Englisch ist natürlich nicht das Schlechteste. Ne? Also, denkt euch einfach andersrum. Ne? So. Ja. Der Cetra muss geradeaus weiterfahren. Der wunderschöne Cetra-Bus. Ich liebe diesen Bus. Ich mag ihn einfach. Ja. Jetzt müsste eigentlich schon bald unser Hauptbahnhof erscheinen. Oh, wer stellt denn da die Poller so dahin? Huch. Ist der Bus gerade gehüpft? Was zum... Ja, bleibt mal eiskalt stehen. Der Benz kennt da nichts. naja. Eine Baustelle? Äh, hundert? Es meint David jetzt aber nicht ernst hier. Ich wollte jetzt nicht die letzten Meter noch irgendwas crashen, wenn es geht. naja. Oh, es ist sogar weiß. Wahnsinn. Da können wir ja direkt fahren. Bevor es wieder weiß wird, fahren wir doch mal. Glück gehabt, da kommt nichts. Ja, ich sehe da einen Hauptbahnhof auf mich zueilen. das heißt, wir wären jetzt da. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo eigentlich da. Wir sind da. Das würde bedeuten, wir hätten jetzt eigentlich den Uni-Express fertig. Ich werde jetzt wahrscheinlich bei dem Mistwetter auch nicht rückwärts fahren, also zurück. Rückwärts fahre ich eigentlich prinzipiell nicht gerne. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, war ein bisschen chaotisch heute, war auch nicht unbedingt viel los im Bus. Schauen wir mal, wie spät wir sind. Ja, 21 Sekunden, wenn man mal die Bubble-Zeit am Anfang wegnimmt, die ich zu spät losgefahren bin, haut das wunderbar hin. Rückroute, wie gesagt, spare ich mir. Wir sind jetzt auch mal in den Bahnhof eingefahren oder in den Hauptbahnhof eingefahren statt rausgefahren, war jetzt auch mal etwas neuer in den Let's Plays. Mal schauen, was jetzt noch an Linien fehlt. Ich glaube, da müsste jetzt nur ein, zwei Let's Play von der Map kommen. Ja, und ansonsten sag ich danke fürs Zusehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüssi.